20th Century Tofu präsentiert vegetarische Neuverfilmungen von Hollywoods größten Kinoerfolgen 100% vegetarisch Die neue Action-Comedy von Star-Regisseur Dill Schweiger Guten Morgen, Stängel! Guten Morgen, Charlie! Drei Stängel für Charlie Es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxis Luke, wir müssen den Todeskern zerstören Piu, piu! Alles klar! Piu, piu! Star Wars – Krieg der Kerne Basierend auf keiner wahren Begebenheit Der Oscar-prämierte Klassiker aus dem Jahr 1975 Jetzt als Remake mit Leonardo Dinkel Caprio und Vegan Fox Entschuldigen Sie, Miss Meinen Sie, dass es möglich wäre, die Musik etwas leiser zu stellen? Ein paar von uns möchten sich nämlich ganz gern unterhalten Sie verschmieren die Scheibe, Mr. McMurphy Einer flog über das Couscous-Nest Ein Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann Jurassic Quark Action ohne Wenn und Aber Conan, der Rhabarber Nur auf der großen Leinsamenwand in Bio 3D Bald in einem Chiaplex-Kino in ihrer Nähe